Was ist das Griffband? Wenn jetzt das Griffband durch ist, wir haben jetzt ein Griffband, zum Beispiel das weisse, und das wird obendrauf langsam braun, nach etwa drei Monaten, dann kann man eigentlich ein Overgrip drüber tun. Das ist eigentlich das hier. Und dann hält das eigentlich weitere drei Monate. Bei denen ist wichtig zu sagen, die haben keine Klebstreife innen dran, wie man hier sieht. Was die haben, ist, die haben eine Folierung drauf, darum glänzt es jetzt so da. Und die Folie, die muss man wegnehmen. So. Jetzt kommt die Folie da weg. Und da drunter drin ist eigentlich das, was hält. Das ist sauer. Jetzt nehmen wir das wegnehmen, wegziehen, bis das Ganze weg ist. Wir haben eigentlich da keine Klebstreife von unten drin. Das Einzige, was es gibt, ist da. Das ist so ein kleiner Kleberpunkt. Den kann man auch wegnehmen. Und der kommt oben an das Griffband hinein. Jetzt da ist auch wieder das Gleiche. Wie beim Griffband. Hier unten drüber ist es gerad, und oben drüber ist es geschnitten. Und hier wieder an der Kante, das ist eigentlich der letzte Punkt. Wir wickeln das jetzt einfach einmal rundherum, oder solange es geht, bis wir an diesem Punkt hier sind. Das machen wir jetzt gleich schnell. Wir nehmen wieder den Stock. Wir fangen wieder hinten an vom Stock. Also wieder in der Linie, wo die Schaufel ein Hinterteil ist, so zu sagen. Dann gehen wir hier hin und tun das Obergribe einfach über das Griffband hinein. Und das hält nachher eigentlich wunderbar, weil das braucht nicht ein Klebchen, das hält so gut in sich selber am Griffband, das funktioniert recht gut. Und das würde ich auch so, ja sagen wir mal die Hälfte überlappend darüber tun. Es ist einfach so, je mehr das überlappend ist, man kann es auch gar nicht überlappend machen, dann ist es einfach vom Spielen her ein bisschen komisch, weil dann haben wir ein bisschen so Räuftchen. Wenn man es mega viel überlappend tut, dann ist einfach das Griffband dann halt dementsprechend auch dicker. Jetzt sind wir am Ende von unserem Obergribe. Das müssen wir halten. Und dann haben wir ja wieder ein Isotape, das nehmen wir jetzt wieder ab. So, und das kann man jetzt auch wieder einfach so drehen. Und dann drüber ziehen. So. Auch wieder mit dem Heissluftfühn schnell 3 Sekunden drüber ziehen oder mit dem Hohrfühn und dann haben wir eigentlich schönes Obergribe montiert mit dem Griffband. Ja, das ist eigentlich die Hexerei. Okay. So. 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 So.